Hallo und herzlich willkommen bei Smite. Wir sind hier in Aram, in All Random All mit und dabei sind ganz schön viele Leute. Und zwar der Leofair, der Ralfi, der Antrio und der Loxto, Loxtus. Moin. Ich bin auch noch dabei. Nicht will ich ausschließen. Ja, und so bin ich gesagt. Zuschauer mit dabei. Hören uns jetzt Menschen zu? Ja, Menschen. Ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, ob es Menschen sind. Ich hoffe es. Unter anderem Kaninchen, definitiv. Definitiv Kaninchen. Die hören uns gucken zu. Vor allem Katamari ist dabei. Ja. Katamari. So, was brauchen wir? Lifesteal. Lifesteal ist immer gut. Ich habe übrigens Bracers mitgenommen und werde mal so als Heiler fungieren. Ja, wundervoll. Auf der schönen schwebenden Scheibe. Heel ist einfach der geilste Char hier in Aram, in Assault. Echt, Heel ist einfach Gold. Ist doch schön, wir sind noch gerade 5 bei Premade. Ich nehme für YouTube auf. Ja, hallo YouTube. Kann ich quasi noch schneiden, wenn wir Müll labern. Nein, das wird nicht geschnitten. Alles ist... Alles hier wird nie geschnitten. Nichts geschnitten. Und was ist, wenn ich böse Wörter sage? Auch dann, dann wirst du halt gebannt bei YouTube. Und... Nee, 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 nee. Also, wir schneiden wirklich nie. Aber ganz ehrlich, bei uns ist es auch noch nie ausgeartet. Nee. Das ist ja... Und wir nehmen ja auch Sachen auf, die, wenn wir verlieren. Also, ich meine, das gehört dazu. Und hey, wir failen stellenweise. Frag nicht nach Blütenstaub. Das ist mein erstes Match mit Shebalanka, als er neu draußen war. Ich war 1,10 oder 1,12. Und das habe ich reingepackt. Und ich habe echt immer gehört, so von wegen, ey, wie kannst du sowas reinpacken? Ja, das gehört dazu, ne? Das gehört dazu. Ja. Sollen wir noch mal schauen, die Gänzchen? Ich mach einfach den Tank Overheel Herkules. Genau. Ohne Schaden. Schaden wird überschätzt. Ja. Definitiv. Einfach nur überleben ist wichtig. Tschüss, Abe, Brian. Hä? Der Affe. Ich denke nur noch den Affe. Ey, 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 ey. Oh, scheiße. Haha, so weit kommst du nicht. Also der Heal von Herkules ist doch beträchtlich. Heal hat ein Her- äh, Herkules hat ein Heal? Ja. Hat Helft-Hil jetzt. Richtig krass. No. Sehr gut. Meinst du, wieso ich noch volles Leben hab? Nicht, weil ich nicht im Gemenge bin. Na, das wusste ich nicht. Das mach ich hier hinten. Ich weiß nicht. He- he. Haha, scheiße. An enemy has been slain. Töten. Ich bin weg. Ja, Henry, Vorsicht. Juhu. Ich bin so toll. Hahaha. Ich bin so glücklich. T-O-L-L, Andrew. Es stimmt ja. Es ist ja nicht falsch. Richtig, ja, stimmt. T-O-L, T-O-L. T-O-L. L-O-L, T-O-L. Ja, ich bin so glücklich. T-O-L, T-O-L, T-O-L. T-O-L, T-O-L, T-O-L. Oh mein Gott. Tja, rar. Rarger. Geblockt. Ich stun mal wen, du schmeißt einen Stein an die Birne. Eher ist es dann hier, der... Genau, schön. Ja, wir machen es so. Und dann bitte. Irgendwenn, irgendwas. Ich habe leider gerade meinen Stunbecker. Ich auch gerade nicht. Es ist nicht schön, so einfach schon auf Death gehen und dann irgendwie alles wegzerren. Oha. Wieso tut's, wieso? Wieso, Blues? Stein! 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 Nein, Stein. Stein, ich wähle dich. Stein, ich wähle dich, genau. Supergeil, super ultrageil. Wobei das ist ja eigentlich eher Schuh, das wähle dich, aber... Ist doch egal, ist doch egal. Das ist mein Stun nicht, ey. Mit ganz viel Fantasie kann man sich auch einbilden, dass Herkules ein Geowass wirft. Das stimmt. Und... Hier, ein Wulfi ist... Stunt. Ohja. Ey, Affe! Da können wir auch noch... Nein! 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 Sehr gut! Schön. Wir zerren uns aber auch auf die Welt zurecht. Ja, wirklich. Weil wir tun uns das gerade ganz, ganz toll. Ey, Affe ist hinter uns. Affe! Affe! Oh! Oh! Da können wir auch noch! Sehr gut! Ja, Han! Dadadadada! Au, nicht getroffen im Erhelfen. Auf den Tower! Von... neun Kills. Tower, 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 Lobby, 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 Lobby. Und der Tower ist down. Wundervoll. Ja, liebe Community, wir bedanken uns ganz heftig bei Ralfi, der macht das hier gerade. Er macht echt einen Job, ich kann ihn nur kurz einblenden. Hier, Ralfi mit 7-0, Han mit 2-0 und der Rest einfach nur mit Assists. Ey, ich hab 7 Assists, man. Ja, ich hab 8. Ich bin 0-0-7. Okay, du hast gewonnen. Also, ich bin... Ich find das Spiel ziemlich cool. Schön, schön. Ja! Ja, Dominik schaut uns gerade zu, wir sind mit Fame. Guckst du im Spectator oder was? Nein, nein, Dominik, der visualisiert das hier. Ach so, anhand unserer Erklärung. Aua, Affe. Seit wann teleportiert er sich denn dabei? Das war bei... Wie hieß er? Kloster, Jehovas, Steinwurf. Stein. Ulti, nein. Ich muss mal weg. Den Kill hätte ich gern gehabt. Ich hab'n Kill. Ich fasse es nicht. Glückwunsch! Mit Herkules. Ich fasse Herkules so sehr. Herkules ist total gehalten. Der ist hier unzerstörbar. Der geht hier nie, 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 nie. Ja, allerdings. Ja, ich merk' das schon, aber... ...sie ist nicht so gut, weil... Zur Erklärung Aram ist, beziehungsweise diese Arena hier, Assault, man kann sich nicht aussuchen, welche Götter man spielt. Also für die, die jetzt noch nicht diesen Game Mode kennen, man kriegt halt zufällig einen Gott ausgesucht. Und man muss diesen dann spielen. Ich kann nicht mehr reden, es ist zu spät. Man kriegt prinzipiell die Götter, die man nicht spielen kann. Man kriegt prinzipiell die, die man nicht spielen kann, ja. Soll das jetzt heißen, dass ich Niv nicht kann? Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass in der Lobby vom Assault oder Aram Modus es immer so ist, dass du mindestens drei Leute gehst, die sagen, no, not this god. Aber das ist auch der Witz an der ganzen Aktion. Ja, ich find's gut. Richtig. So kommt man auch mal dazu, Götter zu spielen, die man noch nicht kennt, beziehungsweise noch nicht wirklich spielt. Oder selten spielt. Aua, nicht in den Tower. Töt ihn, töt ihn. Ja, sehr gut, Ralfi. Du bist, ja. Steuern. Heel, heel. Danke. Aber echt so eine Heel ist Gold wert. Es gibt auch eine richtig schöne Lank-Kombination, Heel und Guan Yu. So richtig so. Wie ist es? Richtig. Glaub ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Heel Aphrodite stelle ich mir auch sehr nervig vor. Die kommen zwar nicht voran, aber die machen, die halten halt was aus. Ey, da kommst du nicht gegen an. Ich will protect you. Ich ulti mal volles Matt rein. Scheiß drauf. Okay. Auf jeden. Boah, der Schaden. Boah, K.S. Und ich lebe noch. Hihi. Das ist ja der Witz an der Aktion. Es war schön, dass da ein Toter war. Da könnte ich schön meinen Stun reinsetzen. Heel, 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 heel. Lobby, 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 Lobby. Heil, Heil, Heil. Wolfi. Ja, war klar jetzt. Ich bin der Erste, der bei uns gestorben ist. Schronkh. Oh, Schronkh? Schronkh. Schronkh. Schrecklich und Monk. Ach so. Ein schrecklicher Monk. Schrecklicher Monk. Wir sind hellsberüchig. Wir sind so schrecklich langsam. Das ist das Problem. Ha, das ist völlig... Weil die Schuhe kaufen. Das ist aber sehr feminin, ne? Was? Mit dir Erdschuhe kaufen? Nein. Wo bin ich denn da? Nein. Tot. Ich bin wieder da. Sehr gut. Ich glaube, wir sollten uns ein Stück zurückziehen. Die sind zu fünf, vier, zu dritt. Wie viel Magier haben denn die Gegner? Zwei. Aber starke Magier. Mann. Ja. Dann wäre es eventuell angebracht, ein Magier-Abwehr-Item mitzunehmen. Ein Magier-Abwehr-Item. Wie wir Fachleute sagen. Strong Bound. Ein Magier-Abwehr-Item. Super. Sehr gut, Ralfi. Ja. Und jetzt nochmal mit Gefühl. Lassel. 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 Komm, den Affen, den Affen. Ah, du Affe. Verdammt. Ich glaube, das ist ein Schmerz. Scheiße. Egal, egal. Es kam etwas spät, die Ansage mit dem Affen. Der ist immer noch low-life da. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Den Schauer, den Schauer. Boah. Das ist ein Kasachstan. Das ist ein Unterschied in euren Terrorkrieg. Das ist ein Unterschied in euren Terrorkrieg. Das ist ein Unterschied in euren Terrorkrieg. Das ist der beste Film, die Tat nach. Ich bin dein Vater. Auf geht's. Wuh, ich gehe da raus. So. Ich bin so lahm. Ha, sehr gut, Ralfi. Wundervoll. Ich werde getargetet. Nein. Ich will nicht. Oh, das ist fein. Ah. Dieser Stunt. Das war ein sehr schnelles Spiel. Zehn Minuten. Oh ja, allerdings. Das war wirklich geil. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abschließende Worte? WTF. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, Leute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ach, toll.